In diesem Video geht es um die Organe der Europäischen Union. Wie in jeder großen Gemeinschaft funktioniert das Zusammenleben und die Zusammenarbeit nur dann, wenn sie gut organisiert ist. Dazu gibt es in der EU die Organe der EU, die ich dir in diesem Video vorstellen möchte. Der Europäische Rat hat seinen Hauptsitz in Brüssel. Der Europäische Rat setzt sich aus den Regierungsoberhäuptern der Mitgliedsländer zusammen und tagt mindestens zweimal im Jahr zum sogenannten EU-Gipfel. Dieser EU-Gipfel wird meist in Brüssel abgehalten. Unter der Leitung des für zweieinhalb Jahren festgelegten Ratspräsidenten legt der Europäische Rat Ziele und Grundlinien der EU für die nächste Zeit fest. Die Europäische Kommission hat ihren Hauptsitz auch in Brüssel. Sie setzt sich aus insgesamt 28 Kommissaren zusammen und gemeinsam vertreten sie die Interessen der EU und schlagen dem EU-Parlament und dem Ministerrat Gesetze vor. Die Europäische Kommission ist verantwortlich für die Einhaltung von EU-Verträgen und für die Verwaltung und Verwendung des EU-Budgets. Der Rat der EU wird umgangssprachlich auch Ministerrat genannt. Er hat seinen Sitz auch in Brüssel. Der Ministerrat setzt sich aus den Fachministern der EU-Mitgliedsländer zusammen und im Ministerrat werden Änderungen und Gesetze diskutiert. Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament können Gesetze beschlossen werden. Das Europäische Parlament hat seinen Sitz in Straßburg. Wie auch bei einem nationalen Parlament stammen die Mitglieder des Europäischen Parlamentes aus verschiedenen Parteien. Derzeit sitzen im Europäischen Parlament 751 Abgeordnete. Die Abgeordneten des EU-Parlamentes werden für fünf Jahre gewählt. Zu den Aufgaben des Europäischen Parlamentes gehört die Mitentscheidung bei Gesetzen, die Mitsprache bei Budgetfragen und die Kontrolle der EU-Kommission. Der Europäische Gerichtshof hat seinen Sitz in Luxemburg und setzt sich aus 28 Richtern zusammen. Der Europäische Gerichtshof ist verantwortlich für die Rechtsprechung und für die Einhaltung der EU-Gesetze. Zuletzt noch zum Europäischen Rechnungshof, der seinen Sitz ebenfalls in Luxemburg hat. Zu den Aufgaben des Europäischen Rechnungshofes zählt die Prüfung der Einnahmen und der Ausgaben der EU und die Kontrolle des Budgets der Europäischen Union. Diesen Hefteintrag mit der Zusammenfassung der Informationen über die Organe der EU schreibst du bitte in dein Geografieheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog und ich freue mich auf die nächste Geografiestunde.